moin und willkommen auf meinem kanal wir spielen tiger knight empire war war das tutorial weil ich das zum ersten mal spiele und jetzt erst mal anfangen so ich blocke gott habe ich ja auch feile press 2 ah ja habe ich echt okay jetzt gehen wir hier hin kann man hier rennen man kann springen das sieht doch ganz schön aus das spiel oh ha boom das anime ist gut okay 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 ein pferd los okay okay boom man tschau pferd oh ganz schön viele alles one hit du hast du jetzt bin ich wieder auf dem pferd woher ernst ja das sind meine ja komm ich will jetzt hier weitermachen Ich versteh kein Wort. Yeah! Attacke! Mach die Dinge kaputt. Gironimo! Guck mal, den räume ich jetzt um. Ruhm! 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 Ich komme jetzt mit meinem Pferd. Das nenne ich. Wie nenne ich mein Pferd? Oh, jetzt kommt der Endfight hier. Ruhm! Ruhm! Oh, nicht getroffen. Ruhm! 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 Ja, und weiter geht's im Tutorial. Ruhm! 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 Das ist jetzt aber doof. Ruhm! 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 os- Also muss ich da schnell hin? Ok los geht's! Los! F6, ok. F6, los! Huch. Okay. F6. Bam. Oh, Gott. Tötet es. Ist der tot? Keiner wird hier überleben. Okay, ist schon ein geiler Spiel. Wer liegt hier immer noch? Ich dachte, er ist tot. Oder ist das einer von uns? Ich hab keine Ahnung. Nee, anscheinend nicht. Alle greifen den an. Oder? Ah, nee. Boah, ist aber. G to capture. F5. Boom. Haben wir es geschafft? Alle tot? Okay. Dann nehmen wir mal hier die Flagge ein. Okay, das ist schon cool. Also gedrückt halten. Ja, was ist jetzt passiert? Das sind jetzt schon viele. Können wir zur Formation auch machen. Das ist ja cool. Ja. Dich töd ich jetzt noch. Hurra. Kann ich noch neue Einheiten? Ich kann F1 nicht drücken und F2 zum Austesten nicht. Ich muss mal eben. Ähm, kurze Pause. Ich muss mal eben hier einstellen, dass ich bei OpenOffice nicht das mache. Eine Aufnahme beendet. Deswegen mache ich das so. Und so. Okay. Dann machen wir weiter. So, weiter geht's. Jetzt können wir F1 mal testen. So, die wir. Okay. F2. Ah, das ist einfach nur stoppen und, äh. Ja, ihr müsst mit angreifen. Okay, Attacke. Was steht hier? Äh, can cancel. Okay. Tun wir mal F3. Jetzt greifen wir das einfach so an. Okay. Und F5. Charge. Ne. Doch, Charge. Okay. Ah, guck mal hier unten. Dann muss man so. So Seite. So nach oben. Und so nach hinten. Ah, so mache ich den Sturm. Okay. Da greife ich jetzt einfach an. Oh, die sind ja schon voll dabei. Geronimo! Ah! Wo hoch? Was habe ich jetzt gemacht? Das ist der feindliche General. Den töd ich jetzt. Bam! Gewonn! Also ich mag das Spiel. Das ist cool.